Das Bosa ist als gebisslose Zäumung dafür gebaut, um auf die Nase des Pferdes und auf den Unterkiefer einzuwirken. Das Bosa liegt auf dem Pferdekopf und wir können hier deutlich fühlen, wo die Nüstern noch weich sind und wo die komplett verknöcherte Stelle des Schädels anfängt. Dort muss das Bosa liegen. Untertitelung des ZDF, 2020